Mein Name ist Manuel Ruppen und ich bin 18 Jahre alt. Ich spiele seit 2006 beim SC Pohlendorf und habe vorher beim SV Denklinge gespielt. Meine persönlichen Ziele sind, in jedem Spiel alles zu geben. Und mein Ziel mit der Mannschaft ist es, unter den Top 3 zu kommen. Und deine Position? Es ist rechtes Mittelfeld.